Moin YouTube. Tschüssi, wieder da seid. Seine neue Freunde. Adventskalender 2022 Türchen Nummer 20. Ja, es ist bald soweit. Vier Tage noch. Vier. Moment. Wir haben die Kamera falsch. Vier Tage noch und dann haben wir Heiligabend. Und der Luca flitzt. Los. Dann schauen wir mal. Hast du denn dein Werkzeug schon rausgeholt? Ja. Hast du gar nicht. Nein, hast du gar nicht. Nein, überhaupt nicht wahr. Ja, so. Machen wir mal hier wieder Knochenbrecher. Ja, brauchst du auch. Obwohl, nein, die Tüte geht leicht auf. Kann wahrscheinlich eine sein, die ich aufgemacht habe. Dort habe ich doch gesagt. Ja, ja. Ich habe die Schublade gehört, ne? Nein. Doch, habe ich. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. So. Du hast das Weiß verstanden. Bist du fertig? Ja, ich war schon mal an. Los. So. Ihr seht, da ist unser Tütenhaufen. Den müssen wir nachher noch wieder zusammenpacken. Einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Einmal umdrehen, das rote. Und ich muss nochmal etwas sicher gehen. Sicherheit ist wichtig. Geht vor, ne? Genau. Da. So. Dafür aber Glück, da habt. Ja. Und das ist Müll. Richtig. Das ist Müll. Ja, das mache ich. Das ist ein ganz dünnes Teil. Hier, mach du mal den, bitte. Ja, das ist Müll. Weil du kannst jetzt eigentlich bauen, ne? Mit deinem Wurst. Doch. Du machst doch die Reifen dran. Nein. Oh, oh. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Nicht. Das ist das falsche Teil. Das Müll. So. Und jetzt muss man hier nochmal eben. Aber das ist ein Hauch dünnes. Das macht der Papa immer. Ey, wirst du das damit? Ne, ich würde das damit machen. Boah. Ich muss immer die Reifen. Wir haben die Däscher schon gemacht. Genau. Die Reifen haben wir gestern gemacht. Heute werden die Reifen dran gebaut. und die Kupplung vom... Für die Anhänger hinten. So. Mein Schatz. Ich will mal echt mal gucken. Ne. 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 Das ist da die andere Seite. Also, da war die falsche Seite. Da ist richtig. Und, Da die andere Seite... Hab ich. Ya. Habe ich. Ne, das musst du... pass auf. Guck mal. Komm her. ja hier der muss jetzt hier drauf so die frage so wettig was sind da drin ja okay dann gibt man ja guck mal aufpassen jetzt haben wir den schon mal dran aber wenn man sich mal überlegt das ist der dass diesel ross es kommt hier hinten noch für die kupplung das rein um die hänger zu machen so und wir haben ihn fast fertig so steht ja schon was fehlt jetzt noch doch es können wir noch drei türchen heute sind wir durch tatsächlich in wahnsinnigen vier minuten und jetzt gibt es noch eine sache die der luka euch sagen die der luka euch sagen muss und von daher bin ich jetzt ruhig und der luka lichtlos abonniere an die totte genau so sieht es aus meine lieben von daher wir wünschen euch noch eine schöne vier weitere weihnachtstage und sagen damit tschüss euer luka euer teute ciao